Long, 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 long way home Long, 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 long way home Morgen! Heute hat es also mein 10. Tag begonnen. Ich bin mit Agathe unterwegs. Und wir sind hier an der Kiste und es ist einfach der Wahnsinn. So macht es laufend Spaß. Hallo, Agathe und ich sind jetzt schon 12 Kilometer gelaufen. Wir haben noch so 11 vor uns. Wir sind jetzt wieder am Strand angekommen. Wir mussten so eine halbe Ewigkeit einen Berg runter. Regnet auch schon wieder. Es ist mega neblig und ein bisschen anstrengend gerade zu laufen. Aber das wird schon. Ja. So, ich melde mich jetzt aus Ribalizella. Meine Backen sind super rot. Ich bin so gesprintet. Weil, also, ich bin heute um die 23 Kilometer gelaufen. Meine linke Wade, die killt mich gerade. Die tut so weh. Die hat sich irgendwie, es fühlt sich, also kein Krampf oder so, aber die fühlt sich so wie so eine Muskelverhärtung fühlt sich das irgendwie an. Die muss ich nachher auf jeden Fall massieren ein bisschen. Ein bisschen einschmieren. Na, ich bin einfach nur froh, jetzt gerade in Ribalizella zu sein. Kein Überzeug. Ich bin einfach froh, hier zu sein. Und ich habe auch schon, wir haben also leider alles voll hier, aber wir haben noch einen Platz bekommen in einer privaten Herberge, die vier Betten hat. Und bei der habe ich zum Glück noch ein Bett bekommen. Ich und Agathe und wir haben reserviert quasi. Da vorne irgendwo ist es hier noch so fünf Minuten hoffentlich zu laufen. Bis dann.